hallo was machen sachen ja lasst uns mal über nfts reden ich habe mich jetzt da so ein bisschen belesen dazu und ich wollte aber meine meinung teilen ja warum auch nicht macht hier momentan jeder weil hat ja wieder das recht dazu jeder darf seine meinung ja frei äußern und das ist jetzt meine meinung zu nfts wie gesagt ich habe mich da ein bisschen belesen ich bin ja auch selbst künstler und eine der großen verkaufsargumente war ja mit nfts solle man ja künstler unterstützen können was ich ehrlich gesagt so gar nicht sehe es ist halt mehr so ja mir sagen jetzt weil es schön klingt aber so wirklich funktionieren tut das jetzt nicht so wie wir es darstellen ist ja nichts neues nennt sich werbung mit der ein oder andere kennen dass man in der werbung was verspricht was man halt nicht so wirklich bekommt nur so ja so minimal irgendwie in die richtung geht ja und halt ich will einfach mal drüber reden einfach so meine gedanken loswerden und wie gesagt das erste was halt mir auffällt sind ja diese random generator sachen die finde ich eigentlich ganz ganz das system dahinter ist ja schon sehr interessant dass man halt einfach aus verschiedenen zufälligen zusammengestellten assets ein ganzes macht das ist eigentlich sehr faszinierend finde ich finde ich auch sehr lustig nur sehen die meisten dieser nfts halt furchtbar hässlich aus also halt man hatte hätte sich irgendwie sehr wenig mühe gegeben sagt wir machen jetzt einfach ein paar komische gesichtsausdrücke und hauen die zusammen und dann ist das so und wie gesagt die meisten dieser doch sehr teuren und berühmten geschichten sind halt wirklich furchtbar hässlich mal ganz ehrlich aber wie gesagt das argument dass ich auf seiten der künstler gesehen hat ja man könne darüber doch sehr gut geld verdienen und halt oder auf anderer seite ja man könne so künstler unterstützen und das ist jetzt eine sache womit ich mal darüber reden sprüche weil wie gesagt das sehe ich jetzt halt nicht so es ist nämlich so dann ich habe jetzt auch mit mehreren leuten gesprochen auch leuten die halt selbstgemachte nfts anbieten halt weniger diese random generator geschichte sondern halt tatsächlich selbst gemalte bilder als nfts und ja die kommen nicht so gut an wenn man halt nicht selbst schon eine gewisse follower base hinter sich hat für gerade neue künstler muss man entweder schon sehr sehr viel glück haben mit so einem random generator geschichte dass das einfach durch die decke geht aus purem glück oder dass man halt wirklich schon direkt verlor hinter sich hat die sich dann halt ja diese bilder beschaffen wollen aber im endeffekt dass das ziel was gesetzt wurde ja wir können so super künstler unterstützen ist halt so absolut gar nicht gegeben der künstler an sich hat von den nfts ganzen geschichten einfach so gut wie nichts erst an der untersten kette und halt er hat die arschkarte gezogen mal ganz ehrlich er kriegt von seinen erstellten sachen am wenigsten ab er kriegt einen kleinen teil und das was er hat wird dann halt immer wieder hoch und hoch und hoch und hoch gepusht wenn es überhaupt los wird man muss was viele wahrscheinlich nicht wissen werden man muss halt um sein bild als nft zu machen auch schon ein bisschen was investieren also dass soweit ich das gesehen habe gibt keine kostenfreie version dass man seine sachen einfach hochlädt und dann sind die nfts nehmen muss dazu tatsächlich erst mal geld bezahlen dass sie da halt sein dürfen dass sie halt validiert werden und ja man sich anbieten kann ich kann mich doch täuschen dass ich das einfach nicht gesehen habe sei auch dahingestellt kann ja passieren ja das problem ist halt damit ihr habt halt der künstler sich hat halt sehr sehr wenig davon wenn ihr wirklich mit der ansicht hingeht ja ich mach den ganzen quatsch jetzt mit weil ich möchte jetzt diesen künstler unterstützen ihr tut dem künstler wahrscheinlich eher weniger eingefallen sondern geht doch einfach hin und sagt okay ich beauftrage den künstler ich mache halt einfach ein aufsteugsbilder hat der künstler wahrscheinlich meistens mehr davon wie gesagt außer es ist jetzt wirklich einer der halt schon eine gewisse berühmtheit hinter sich hat der kann natürlich gewisse beträge verlangen für seine bilder aber die meisten künstler die halt auf open seas und solchen sachen sind die haben halt wirklich mehr davon wenn ihr zu ihnen persönlich hingeht und halt einfach ein bild beauftragt ist auch eigentlich viel schöner für euch weil ihr können halt einfach selbst bestimmen was da auf dem bild drauf ist und ich einfach ihr kauft irgendein bild und ja wie gesagt ihr habt dem künstler wesentlich mehr damit geholfen als wenn ihr halt irgendein nft von ihm kauft wenn es am ende überhaupt von dem künstler selbst ist weil es gibt ein riesiges problem was halt copyright und so weiter angibt weil so openseas ist jetzt halt das größte was ich kenne ich weiß nicht ob es noch andere anbieter gibt es halt die seite die ich jetzt kenne wo ich mich halt ein bisschen reingefuchst habe da geht es halt so wie in welten westen es ist keinerlei sicherheit gegeben dass halt ja der eigentümer wirklich der eigentümer ist er ist zwar der eigentümer der blockchain aber man kann nicht unbedingt 100 prozent sagen dass auch wirklich der eigentümer der kunst an sich ist wenn ihr versteht worauf ich hinaus will also sehr sehr viel copyright infringement wird dort betrieben dass viele künstler einfach ja man geht hin copy paste und lebt das bild von einem künstler einfach ohne sein einverständnis ohne seinen willen einfach in die blockchain rein und man hat dann halt das bild mit der blockchain verbunden das ist auch demjenigen der das anscheinend hochgeladen hat weil dieser platz in der blockchain halt ihm ist aber das bild an sich ist nicht ihm ja das ist schon schwierig und das ist halt momentan sehr 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 vielen künstler passiert ich sehe gerade auf twitter so viele threads das halt leute teilweise auch ganze youtube kanäle und sonstige sachen einfach auf openseas anbieten die ihnen eigentlich gar nicht sind oder halt auch viel von vielen künstlern kenne ich es halt dass sie halt einfach ihre bilder von deviant art etc geknopst werden wobei jetzt weniger von deviant weil da gibt es eine nice sache das ist auch im grund warum ich jetzt wieder mehr angefangen habe deviantart sachen hochzuladen ist tatsächlich deviantart hat einen eingebauten algorithmus dass die deine bilder halt einfach checkt für die ersten ich glaube man es waren es fünf monate oder drei monate irgendwie so also für die nächsten paar monate in dem dein bild hochgeladen ist auf die fina hat checkt es das internet und guckt ob dein bild nicht als nft irgendwo angeboten wird so hast du dann halt eher eine chance dagegen vorzugehen weil du halt relativ früh benachrichtigt wirst ist halt wie gesagt auch generell dann aber trotzdem schwierig dagegen vorzugehen weil es halt einfach keinerlei regulierungen gibt das halt ja dass du die chance hast dein bild da tatsächlich wieder weg zu kriegen weil derjenige der das hochgeladen hat nicht der eigentümer ist von dem bild oder der besitzer gehört halt er hat das copyright nicht für das bild aber lädt es trotzdem hoch ja das ist halt ein großes großes problem dass halt auch generell keinerlei sicherheiten steht in nfts ich habe auch mit ein paar leuten gesprochen die sich so ein bisschen mit finanzierung auskennen ja genau mit na wie nennt sich so aktien zeugs auskennen so so anlege geschichten und ja die meisten raten tatsächlich auch davon ab da so generell diese ganze crypto sache sind halt sehr 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 hohem risiko ausgesetzt weil halt einfach nichts reguliert ist du hast keinerlei sicherheiten dahinter dass halt einfach dein zeug nicht geklaut wird dass das wirklich dir ist dass es nicht irgendwo der anderweitig halt einfach gemobst wird oder einfach dass der wert an sich halt halbwegs konstant bleibt es ist ein sehr starkes auf und ab ist es bergte sind ja auch aber da ist es halt noch ein bisschen abgesicherter soweit ich das verstanden habe wie jetzt halt diese ganzen crypto geschichten die halt komplett wilder westen sind und ja wer als erster schießt der hat wahrscheinlich getroffen und halt man kann nichts dagegen tun jetzt gerade die tage oder war das sogar heute also heute habe ich es mitgekriegt da gab es ja auch einen großen großen einbruch in open seas das sehr 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 viele blockchains oder wallets nennt sich das wo das geld drauf ist ich bringe die begriffe durcheinander sorry da wo das geld drauf ist die sowohl letztes geld oder halt auch die nfp geschichten die abgelegt wurden wurden tatsächlich ich nenne das mal gehackt sie wurden sich halt da wurde sich zugriff drauf gemacht von einem account und er hat dann einfach die sachen leer geräumt und die leute haben jetzt so gut wie keine chance jemals wieder irgendwie an ihre währung oder an ihre nfp zu kommen weil ja keine regulierung guckt keiner nach und auch was man des öfteren sieht dass halt leute die nfts halt anbieten sich mit dem komma vertun und auch statt mehr statt mehrere tausende euro für ein nft kriegen ein paar hundert euro für ein nfp kriegen weil sie halt beim ethereum diese kryptowährung die da los ist einfach in komma falsch gesetzt haben und irgendein bot die sachen gekauft hat und auf nie mal wieder sind es weg die haben auch keinerlei chancen das jemals wieder rückgängig zu machen in der wirklichkeit hätte man ja dann die chance durch banken et cetera wenn das halt wirklich ja man hätte halt transaktionen normale bank transaktion gemacht dann hatte man wenigstens hier die möglichkeit wenn es halt um echt geld ging und nicht um dieses krypto hätte man noch die möglichkeit da halt hinzugehen und sagen ja ich habe mich um einen komma vertan und hat halt doch sehr gute wahrscheinlichkeiten dass man sein geld wieder sieht bei krypto halt nicht so weil wenn es weg ist es ist weg und das dein pech und ja wir haben da halt ja ist nicht unser problem ist dein problem haben nichts mehr zu tun wir versuchen das irgendwie nicht zu regeln oder so ja sehr 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 schwierig 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 hatte ich gesagt ja ich halte also gar nichts davon auch was ein großer aspekt für mich ist einfach was für eine unglaubliche umweltverschmutzung dahinter steht einfach nur dass die server rennen und das halt einfach ganz simpel runterzubrechen dass halt auch jeder das irgendwie verstehen kann nfts sind ja quasi blockchains also ja ich breche jetzt mal ganz für doofe runter es ist ein link den hast nur du erst irgendwo auf dem server festgelegt und den kann man halt kaufen und meistens ist halt durch die nft halten bild mit verlinkt dass man halt sagt okay dieses stück block chain dieses stück link ist jetzt meins und da ist halt dieses bild als repräsentant für dieses stück was jetzt mir ist und ja das ist ja irgendwo festgelegt das ist ja im internet drinnen das ist auf einem server drinnen da das ja konstant gecheckt wird ob es immer noch da ist wo es hingehört und wer das jetzt besitzt das wird ja alles permanent immer und immer und immer wieder gecheckt und das kostet unmengen an energie unmengen an serverleistung und ja das geht zu kosten unserer schönen erde weil das eine unglaubliche umweltverschmutzung ist weil halt diese server halt permanent am laufen sind permanent am checken sind permanent am gucken sind ja nun so ein server braucht schon energie der ein oder andere der hat vielleicht mal homemade server zu hause hatte weiß genau das ding muss die ganze zeit laufen und das den kostet halt strom und das jetzt halt nur nicht in kleinen turm computer größe sondern halt in fabriken größe die dann halt doch gerne mal als einzelne fabrik halt eine komplette kleinstadt im energieverbrauch in nichts nachstehen alleine nur dafür dass irgendwo ein stück link ein stück text ist das kontrolliert wird ob das auch den besitzer hat wo es gerade ist und nicht irgendwo bei der verkauf wird eine unglaublich umweltbelastung einfach nur für ja ich habe da ein stück text wenn man es jetzt halt auf das simpelste runter bricht es ist wesentlich komplizierter dahinter ich habe das jetzt versucht halbwegs simpel darzustellen man als vielleicht auch versteht wenn man sich nicht damit auskennt ja alles ein bisschen versimpelt es soll auch mittel und wege geben dass es halt ein bisschen und wenn freundlicher ist aber halt ja da tun sie halt ja immer noch genügend umweltverschmutzung und sonstige machen das ist halt dann halt ja wir haben dann halt pest und cholera getauscht und immer halt noch nicht wirklich was gutes einfach dafür dass das halt einfach da gelegt ist es gibt halt wesentlich vernünftige sache würde ich mal meinen wo man halt sein geld anlegen könnte die halt auch nicht so risikofreudig sind wir halt ein bisschen mehr auch echten wert haben nenne ich jetzt mal so dreist wie ich bin weil ja gut es ist halt wie es immer ist sachen haben nur den wert die man ihnen gibt meistens es gibt halt auch so ein bisschen ja geht es noch darauf auf was es halt gemacht ist aus den materialien aber meistens ist halt der wert gerade bei so luxusgütern was ja nfts eigentlich sind es sind ja sachen die braucht man nicht fürs leben die sind nicht lebensnotwendig die sind halt optional luxus halt und diese sachen sind halt wirklich darf preislich immer da ja was können wir dafür verlangen was die leute will ich zu zahlen und dann geben wir das auch ist halt immer schwierig es wird auch verdammt viel geldwäsche getrieben aber das ist ja im kunsthandel ja eigentlich schon gang und gäbe das kennt man ja auch schon von ja feinart also von so gemälden und solchen geschichten da hat man ja im prinzip das gleiche in grün wo man halt einfach hingeht ja irgendeiner kauft bei irgendeinem künstler ein bild sagt okay ich gebe dir was weiß ich tausende dafür dann geht er hin das ist jetzt meins geht zu einem kritiker sagt hier du kollege schätzt das mal wenn du hoch schätzt kriegst du vielleicht auch einen kleinen happen davon ab dann geht er hin und wird ja nicht sagen gut ich habe ja auch ein vorteil davon wenn ich jetzt sage okay das ist mehr wert wie es eigentlich wert wäre weil er hat 2000 gekauft aber ich sage okay dieses gemälde ist ein paar hunderttausend wenn nicht sogar mehr werden weil ich das gesagt habe und alleine dadurch dass der kritiker das gesagt habe hat der händler jetzt ein vorteil okay der kritiker xy hat gesagt das wäre so viel wert also biete ich das zu dem preis an und im endeffekt wird es immer einen geben der das kauft weil ja kritiker xy hat gesagt das ist so viel wert also kaufe ich das und dann haben alle gewonnen der kritiker kriegt das geld von dem ursprünglichen händler der händler hat gewonnen weil er kriegt jedes wesentlich mehr kohle für das was er halt bezahlt hat am ende steht halt der künstler der gemälde das irgendwann mal für hunderttausende wenn nicht millionen euro halt verkauft wird kriegt 1000 euro für die arschkarte gezogen und ja es wurde halt auch viel viel geldwäsche mit sowas betrieben wo dann halt einfach ja dubiose geschichten gemacht wurden aber das hat man halt schon von eh und je gemacht und das hat sich jetzt halt einfach nur digitalisiert also er hat sich eigentlich nichts wirklich verändert dass der künstler ist immer noch an der unwissen position hat die arschkarte gezogen sollte eigentlich um ihn gehen weil ja man will ja den künstler unterstützen man will ja ihn fördern und der hat einfach komplett die arschkarte gezogen und dann wird halt auch noch irgendwas kriminelles zwischendurch gemacht und am ende hat man irgendwo ein teures bild und man hängt es an die wand immerhin kann man sich bei so einem gemälde ist tatsächlich sich an die wand hängen mit so einem krypto ding ja das hast du dann halt in der blockchain drin du hast auch hinterlegt ja das ist jetzt das stück blockchain das ist jetzt meins denkt dieser affe drauf oder was weiß ich und das jetzt meins na gut ich könnte mir auch ausdruck an die wand hängen kann man machen fällt ihnen ja auch keine auf aber so ein bild hat halt hat doch was haptisches ich glaube was das für mich ausmacht ist halt dann hat halt was haptisches wobei ich eigentlich auch viel digital mache ich mache auch bilder und so weiter alles digital ich mache aber auch prinz ich habe ja den red bubble shop da kann man sich das ganze auch als print geben als t-shirt als tasse als was weiß ich aber tatsächlich habe ich doch erst lieber was haptisches wie jetzt ich habe das digital ich druck auch viele meiner bilder für mich noch mal aus genau überlegen ob ich mir einfach hinterher meinen schrank klebe weiß ich aber nicht ob ich das wirklich durch sie aber ich habe ja auch meine meine eigenen sachen als t-shirts als pullis immer mal an der ein oder andere sieht es bestimmt auch mal im stream ich mag die sachen also ich habe halt gerne irgendwas haptisches ich will ja auch wenn ich was mache was davon haben ich habe es als desktop hintergrund drauf aber wie gesagt auch so ich weiß nicht ich finde so nfc geschichten echt halt ja da wäre ich kein freund von bin mal gespannt ob jemand in den kommentaren seiner meinung mit mir teilt vielleicht ist ja auch jemand dabei der sagt ja das ist ja super gut und das und das und das habe ich nicht bedacht was ja auch passieren kann das ist ein riesiges thema und ich bin jetzt auch wie gesagt kein großer profi ich habe zwar mit profis gesprochen aber ja man kann immer mal was verdrehen weil wie gesagt meine talente meine interessen liegen halt in etwas anderem da kann man sich halt schneller machen und ja aber man sollte sich wenigstens mal informieren so ein bisschen finde ich jetzt schon schon so informationen zumal wir sind in zeiten des internets man kann informationen beliebig aufrufen und auch kostenlos aufrufen man muss halt nur google sagen was man wissen möchte und dann ein bisschen sich belesen das sehr praktisch und sehr hilfreich bin ich komplett abgeschwiffen egal dann danke für die leute die mir ein bisschen zugehört haben wie gesagt weil ich hatte einer bock mir in den kommentaren seiner meinung mitzuteilen oder halt einfach wie gesagt mal sagen ja ich habe das und das nicht übersehen vielleicht habe ich das ja auch vielleicht ändert das ja meine meinung man weiß es nicht informationen ist immer nice man kann nie genug wissen und dann wünsche ich euch noch einen schönen tag und auf wiedersehen auf wiedersehen